Moin Leute, Willkommen zu dem Video. In einer Minute startet die Rakete. Ein Freund ist mit einer Party, der Lukas wieder. Lukas. Jupp. Ja, toll. Und zwar, sieh ich den Raketen startet. Ich muss jetzt aus der Party, ich muss jetzt aus der Party raus. Er ist leider in der Warteschlange und er muss aus der Party raus. Jupp. Ciao. Ciao Lukas. Also Leute, Raketen starten, in einer Minute. Ich werde es euch zeigen. Ich werde in der Luft laden. Guck mal, alle öffnen, die den Fallschirm. Lukas war eben in der Warteschlange, weil er ins Spiel nicht gestartet hat. Das war ein bisschen blöd. Der konnte, der kann den Raketen startet nicht sehen. Leute, ich bin so gehypt. Wir sehen jetzt den Raketen startet. Da hat einer die Landung vom Masse, das ist sehr bitter. Wir gucken uns das jetzt an. Der Raketen start müsste in ein paar Sekunden sein. Auf geht's. Leute, ich bin so gehypt. Ich bin so gehypt, Mann. Ich bin so gehypt. Junge. Leute. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht, wie gehypt ich gerade bin. Ich gucke. Oh, die Rakete startet. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Guckt es euch an. Sie startet tatsächlich. Es ist 19.30 Uhr. Und die Rakete ist gestartet. Oh mein Gott, Leute. Das ist so ein Hype gerade. Ich werde aber nicht auf die Rakete raufheben. Oder so. Ich weiß, ob man dann stirbt. Oh mein Gott, Leute. Die Rakete ist tatsächlich gestartet. Und wir schauen in den Himmel. Oh mein Gott. Was passiert jetzt nur? Da ist was rausgeflogen. Oh mein Gott, Leute. Wo fliegt es hin? Oh mein Gott. Guckt in den Himmel. Ich frage mich nur, was jetzt passiert. Leute. Auf dem Map sehe ich hier gar nichts. Leute. Da kommt was runter. Da kommt was runter. Guckt euch die Raketenbase an. Oh mein Gott. Da ist ein Stern. Wie weit unten bin ich? Fuck, ich bin nicht auf dem Boden, leider. Oh mein Gott. Leute. Tidid wird zerstört. Oh mein Gott. Wird nicht zerstört. Was ist das denn? Leute. Guckt es euch an. Leider bin ich nicht mehr so lange in der Luft. Aber oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Was ist passiert hier? Oh mein Gott. Das ist so krank, was hier passiert. Leute, Hype-Tanz. Ich gehe zu dieser Person hier hin. Oh mein Gott. Leute, das ist so ein Hype, Mann. Und jetzt ist gar nichts mehr. Was war das, was war das denn da gerade? Wir gucken zur Raketenbasis. Da vorne. Der ganz normal. Und der Himmel. Oh Gott, Leute. Leute, ich muss kurz Screenshot machen. So. Leute. Es ist einfach so heftig, was hier abgeht. Machen wir den Hype-Tanz. Leute, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Unglaublich, was hier abgeht. Ich war so gehypt. Den ganzen Tag habe ich mich auf diese Minute oder zwei Minuten oder wie lange es auch immer war gefreut. Und jetzt war es endlich soweit. Die Rakete ist gestartet. Und jetzt ist alles zu Ende. Jetzt habe ich zwar keine Sachen und so. Auch wenn ich gleich stehe, aber ist mir egal. Oh mein Gott. Ich hasse immer noch nicht. Das ist so nice. Und da werden wir gekehlt. Nein. Bitte. Und ich bin tot. Keine Chance, Mann. Aber. Oh mein Gott, war das heftig. Ich gehe jetzt nochmal in eine Runde und guck mal, was dann los ist. Ich werde dieses Video gar nicht beenden. Es sei denn, ich kann bald nicht rein. Oh mein Gott. Was für ein Hype, Mann. Oh mein Gott, den Hype, Tanz. Es ist ja klar. Ich habe auch versucht, dass es auch in der Luft ist. Und die Freunde sind auch im Start. Wir waren eben schon einmal in der Runde und wollen gekillt oder sowas. Also Halbtanz raushauen. Und jetzt nochmal gucken. Wie sieht das da jetzt aus? Noch ist die Map hier ganz normal. Ich komme in die Runde. Und Leute, wir gehen zur Raketenbasis. Was ist da los? Im Himmel sehe ich immer noch das. Oh mein Gott, das sieht ja richtig heftig aus. Lass nochmal Screenshots machen. Leute, ich bin nicht so gehypt. Jetzt fliegen wir zur Raketenbörse. Vorhin hat er gerade den Hängekleide geöffnet. Viele YouTuber machen jetzt bestimmt Streams. Ich werde mir auch gleich noch einen Stream angucken. Aber erstmal würde ich selber das Video machen. Natürlich das selber sehen und sowas. Jetzt fliege ich einmal zur Raketenbasis. Wie sieht das da jetzt aus? Ohne der Rakete. Natürlich. In der Luft ist nur noch dieses da. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich glaube, ich bin schon nicht der Einzige, der jetzt hierhin fliegt zur Basis. Oh mein Gott. Das sieht alles ganz normal aus. Ich fliege direkt hier rein. Die Rakete ist weg. Und wie sieht das jetzt hier aus? Okay. Halt ganz normal wie sonst auch. Bloß die Rakete ist halt weg. Leute, das ist so komisch, Mann. Okay, mal gucken. Ich werde diese Runde jetzt zu Ende bringen. Und danach fände ich dieses Video. Ich hatte schon vorher eine blaue und grüne Waffen-Challenge gemacht. Und auch eine Pistole-Challenge mit einem Freund. Dieses Video werde ich jetzt gleich hochladen. Das andere kommt dann später noch. Also morgen wird die blaue und grüne Waffen-Challenge hochgeladen. Und übermorgen, also am Montag, die Pistole-Challenge. Und wenn das blaue und grüne Waffen-Challenge nicht morgen hochgeladen wird, dann wird es auch am Montag hochgeladen. Also spätestens am Montag eigentlich. Die Pistole-Challenge habe ich vor ein paar Stunden mit einem Freund gemacht. Und die blaue und grüne Waffen-Challenge habe ich gestern mit einem anderen Freund gemacht. Aber dieses Video werde ich jetzt gleich direkt hochladen, nachdem ich es aufgenommen habe. Also so gegen 8 Uhr, 20 Uhr beziehungsweise. Weil das... Ja, keine Ahnung, was ich das denn noch sagen soll. Ich müsste einfach direkt hochladen. Dann kommen die anderen Videos morgen, beziehungsweise übermorgen. So, wo es die Sohne tildet. So, hier ist das Hexenhaus. Mein Freund, mein Freund, mein Freund will, also Lukas, mit denen habe ich ja die Pistole-Challenge gemacht. Und mit meinem Freund Dean, also mit einem anderen, die grün- und blau-Waffen-Challenge. Das wird, wie gesagt, morgen und am Montag kommen. Das habe ich so auf dem Feuer aufgenommen, aber ich habe nämlich die das vor, weil das halt ein richtig besonderes Video ist. Und wie gesagt, mein Freund Lukas ist leider zum Spielträgen gekommen. Also er war halt in der Warteschlange. Bestimmt wurden so viele Spieler rechtzeitig fortnet, spielen wegen dem Raketenstart. War am es leider nicht hinbekommen. 300.000 Jacke wäre ruhig mehr. Stimmt, ich habe jetzt volles Schild. Und dann gehe ich in die Zone. Und ich habe irgendwie gerade gar keinen Bock mehr. Ich habe nur Lust, dieses Video hochzuladen. Und es mir nochmal anzugucken. Gucke ich bei etwas größeren YouTubern nochmal einen Stream, wie... Wen habe ich denn so abonniered Nightboy? Saftiges Gnu und hat noch so einen englischen... Ich weiß leider nicht, wie der hieß. Ich weiß nicht. Quentschewoje hat, glaube ich, keinen Stream gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Aber 19.05 Uhr oder 19.10 Uhr hat er noch kein Video gemacht. Aber in den Kommentaren hat er... Da hat irgendjemand geschrieben, der hat dann irgendwie geantwortet mit Ja oder vielleicht. Weiß ich leider nicht mehr genau. So, wo es jetzt die Raketenbase ist, da links neben mir. Also, jetzt ist es ja keine Raketenbase mehr. Und es war wirklich ein einmaliges Ereignis. Ist am Himmel noch das? Nope. Fortnite ist jetzt wieder ganz normal. Es ist 19.41 Uhr. Also, 10 Minuten hat es gedauert und ja. Dann haben wir wieder alles wie normal und hier ist ein Gegner. Der tränkt was. Dann nehme ich die schnelle Zwillingspistole mit anscheinend. Sturmgewehr. Ich weiß nicht, ob was vom rechts und links kommt. Mal gucken. Mal gucken. Alter. Ah, komm. Okay, Leute. Das war es mit dem speziellen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch so gehypt. Ähm. Schreibt Hashtag dabei oder irgendwie sowas in die Kommentare. Warte. Wenn ihr... Also, Hashtag Hype. Wenn ihr auch so gehypt seid. Und auch den Raketen-Shot gesehen habt. Dann würde ich sagen, lasst ein Like da unten, ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, schau Leute, haut rein. So, ich würde mich interessieren. So, ich würde mich persönlich nachher auch so ein machen. Vielen Dank.